Schöne Grüße aus Berlin und in der Mitte steht Joe Gerner. Hallo! Schon wieder dieser blöde Joe Gerner, oder? Ja, wirklich. Nein, in Wirklichkeit ist es natürlich Wolfgang Barrow und wir müssen uns wirklich hoch anrechnen. Wir haben jetzt 20 vor 9 und man sieht es ihm nicht an. Nein. Wir sehen viel, viel älter aus als den wir mit dem Fugger gerade auf. Denn der Mann ist heute Morgen um 8 Uhr schon auf den Beinen, hat schon eine Folge, mindestens eine Folge, gute Zeiten, schwächere Zeiten gedreht. Ja, mehrere Folgen. Und hat sich jetzt die Zeit genommen, sich mit uns zu unterhalten über das Leben als Joe Gerner, über das, was er sonst noch so alles gemacht hat. Und kannst du verraten, was du heute gemacht hast? Oder ist es dann schon wieder Vertragsstrafe? Er war wieder fies wahrscheinlich. Nein, ich war diesmal nicht fies, aber sagen wir mal so, ich wollte fies sein. Also der Hintergrund ist, dass Gerner fies ist, aber in Wirklichkeit ist ihm was passiert, etwas sehr Menschliches. Er hat sich verliebt. Das wird wann ungefähr ausgestrahlt? In sechs bis acht Wochen. In sechs bis acht Wochen. Das Schöne ist, der Podcast, den gibt es jetzt schon, könnt ihr online anhören, bei Spotify, bei iTunes, bei YouTube, bei Soundcloud, überall, wo es Fernsehrausch, Podcast gibt, jetzt einfach anhören. Die neue Folge mit Wolfgang Baro.